im dschungelcamp hier da qualmst du einen nach der anderen hier das ist irre wenn es so weiter geht hier da haben wir keine kippen mehr hier und hier das fast alle qualmen wie glaubt ihr hier dann stummeln stummeln ich glaube der ganze wald er riecht nur nach kippen ihre ihre was gegen api im camp